Schau, geil! Entschuldigung. Entschuldigung. Da ist gleich wieder irgendwas Schrott hier. Danach hol ich wieder ab. Ciao. Aber was ist das denn jetzt? Wieso sitze ich jetzt im Auto? Ich bin doch grad wieder nach Hause gegangen. Nee, bist du nicht. Bist du leider nicht. Worauf warten wir jetzt, Alter? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast erstmal Auto sauber. Wir wollen ja gleich noch live. Irgendwie wieder 5 Stunden Auto fahren. Was ist da los? Wieso geht der Koffer rum auf? Warum sitzt du eigentlich immer auf meiner Seite? Hab ich die Scheiße gewacht, Alter? Ja, weil... Du sitzt da sonst hinterlassen, oder? Nee. Nee? Ich kann nicht immer Tobi hier sehen und Lukas nicht. Ach so. Na gut. Oh, schnell rüber. Hallo. 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 Wollt ihr auch mit? Ich musste nie mit, ja. Wollt ihr auch mit? Nee. Wir fahren doch Atrium, oder nicht? Ja, Atrium. Alles klar. Los geht's, Kai. Wir fahren uns. So, Kai. 5 Stunden geradeaus. Los geht's. So, alles klar. Erster Zwischenstopp jetzt hier auf dem Weg zum Easter Rave. 2008. Wollt ihr mal die Jacke anziehen? Wollt mal, du hast... Was hast du denn da? Sau Kaltchen. Wollt mal, hast du da eine ordentliche Jacke? Ja, tatsächlich. Balu ist einer. Check, check. Mikrofon. Check, check. Was ist denn da ja? Ich hab ein Mikro mit. Ja, gut. Weil sie heute keins haben. Ist USB? Ist USB. Ja. Abends so D-Player. Ja. Da sitzt ne Pläne. Okay, jetzt wird's kriminell. Erdbeer? War das Erdbeer? Ja. War das Erdbeer? Nein. Na ja. Hilfst du mich die ganze Zeit? Nein. Geht noch weiter, ne? Ja. Sag mal Kai, was machst du da? Mach mal, der verkabelte hier den Livestream. Von der Euro, oder? Krass, Alter. Schön bei 180 auf der Autobahn. Die Kamera fangen. Jo. Verkabel schön weiter, Alter. So, kurzer Stimmungstest jetzt mal hier auf dem Auto. Ja. Hä? 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 Was ist das denn? Was ist das denn für Stimmung hier, Alter? Gar nichts. Quasi null. Irgendeiner hat hier alles vorgekraten. Was ist los bei dir, Alter? Irgendeiner hat alles vorgekraten. Ich komm nicht. Also raus komm ich, aber ob ich hier wieder reingucken. Guck mal, wie ein Behinderter, äh, Douglas. Guck dir mal den Behinderter an. Was hat er denn mit Springen hoch? Ritz, 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 ritz. Der ritzt sich, Alter. Hast du gehört? Und wie der riecht, Alter. So, letzter Stopp vom Easter Rave Kai. Wie ist die aktuelle Stimmung? Ja. Wie ist die aktuelle Stimmung? Wie ist die aktuelle Stimmung? Kai? So, ihr Verfressenen. Habt ihr jetzt endlich das, was ihr wollt? Ja, noch nicht. Also ich hab ne Karte. Na, immerhin. Ist ein Anfang. Ohne Scheiß. Schön. Jetzt sieht man hier mit Tata total. Ja. Mit Quattro Burger. Du nehmst Quattro Burger? Ich nehm vier Quattro Burger, ja. Ja, alles klar. Verena, was willst du? Ich hab noch keine Ahnung. Nee, die Burger könntest du sonst nehmen? Willst du einen Burger? Weiß ich noch nicht. Ohne Scheiß. Das ist geil. Sandra wird langsam wieder glücklich. Ich nehm Quattro Burger. Es gibt wieder Burger. Doppelten Quattro Burger. Ja. Ja, alles klar. Mach achtfach, Alter. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Lukas, Alter, was ist los mit hier? Krass, siehst du? Genau für so einen Moment haben wir's auf Video. Du warst noch nie satt. Was? Der ist wie der satt. Boah, ist das satt, Alter. Wir gehen doch einmal kurz auf den Klo und dann mach weiter. Nö, der Klo. Kai, was stimmt mit dem nicht? Dann waren wir noch nicht auf den Klo. Okay, alles klar. Versteh ich. Ja, so ne ganz neue Erfahrung mal satt zu sein. Satt! Kai, jetzt nochmal letztes Statement, bevor wir gleich in die Turbinenhalle reingehen. Letztes Statement. Kai, bist du da? Ja, warte. Ich wupp mich hier gerade mit dem Laptop. Ja, das sieht komisch aus, Alter. Läuft, Alter! Das war nicht normal, dass man im Auto live gehen muss, Alter. Du nirgst ja richtig. So, Kai. Jetzt nur kurz vor dem Easter Rave hier. Ja, aktuelle Stimmung? Da müssen wir auf den Klo. Ich könnte auch, Alter. Ja. Wollen wir nach Hause? Da haben wir hinten mal eine Frage, ne? Was machen die ganzen Leute da, Alter? Ja. Lugas geht schon rein. Lugas! Wink mal! Kurzer Bandvergleich. Lass das alles an ein. Ach so. Wo sind noch Verbänder? Ach, du bist noch beschäftigt. Kann mal einer ganz doll ziehen. Ja, klar kann ich machen. Ich da. Lugas-Bandvergleich. Ja, alles klar. Ja, bei mir steht zweiter Zero drauf. Den darfst du morgen nochmal. Boah. Wollen wir mal hochgehen, Alter? Ja, lass mal rein. Ja, hier ist kein Eingang. Ja, das geht da doch, Alter. Ja, aber jetzt mal kurz ein Statement. Was machen wir jetzt? Du brauchst nur ein paar Fun-Token. Alles klar, tschau. Ich hau ab, Alter. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Jetzt sind wir drin, ne? Ich seh dich gar nicht, Alter. Ich überleg noch. Sind wir wirklich drin? Ja, aber was ist das hier, Alter? Die haben Musik nicht an. Nee. Komisch, das ist gut. Die haben keine Musik an, Alter. Ja. Können die hier mal Licht anmachen, Lukas? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Na ja. D-Star Rave. Reiß die Boxen aufhör. Chomkai. Young boys and. Use them Chomkai. Jumkai. 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 Jumketick Over Heiß die Boxen aufhör. Theater Dr거든요. eit der Wanderer, das wird jumk geil. Hä, oder Alter? Irgendwo ein kurzes Resumme? Hä, wie war das so? Was? 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 Was nix mehr. Wo warst du meinst? Oder Lukas? Wir hauen jetzt ab. Ciao. Geht's los, oder was? Wir müssen auch nicht hierbleiben. Geht's los? Nein, wir müssen auch hierbleiben. Den hau ich jetzt ab. Den, Alter, es ist saudunkel hier im Auto. Hauen wir jetzt wieder ab, Lukas. Hauen wir jetzt wieder ab. Heulst du grad? Weil wir losfahren? Der heult, weil wir losfahren. Wolltest du jetzt Atrium fahren? Ja, alles klar. Und los. Und los, Kai. Fünf Stunden rein. Oh, der Scheiß, das wär richtig geil.